Als Obi-Wan Kenobi Anakin Skywalker in Star Wars Episode 3 die Rache der Sith durch das High-Ground-Szenario besiegte, dachte dieser über Jahre hinweg, dass er den neugeborenen Sith wirklich getötet hat. In Star Wars Episode 4 Eine neue Hoffnung begegnete Obi-Wan dann schließlich Darth Vader das erste Mal. Doch in dem Buch Das Leben und die Legende des Obi-Wans erfahren wir, wie er Darth Vader vor Episode 4 das erste Mal in seiner Rüstung sah, was seine Gedanken waren und wie er dadurch gleichzeitig von dem Überleben des Sith erfuhr. Lasst zudem gern ein kostenloses Abo da, damit wir die 100.000 Abonnenten erreichen können. Als Imperator Palpatine die Herrschaft über die Galaktische Republik übernahm und dieses in das erste galaktische Imperium umwandte, wurde er von dem Volk als ein Mann angesehen, der die Meinung des Volkes repräsentierte. Die Bürger wussten aber zu keiner Zeit, dass Palpatine in Wahrheit ein Sith Lord ist und er hatte auch nicht vor, dies eines Tages preiszugeben. Doch sein Schüler Darth Vader hatte die Fertigkeiten und das Aussehen eines dunklen Lords, der ein Jedi-Mörder war. Nach der Schlacht von Kashyyyk entschied sich Palpatine schließlich dazu, Vader dem Volk vorzustellen, um erneut seine Stärke zu demonstrieren. Dies machte über die Holonews, wo Bilder von Darth Vader gezeigt wurden, in denen er Jedi tötete. Diese Nachricht erreichte einige Monate später dann auch den Outer Rim-Planeten Tatooine, wo sich Obi-Wan Kenobi gerade in einer Kantine-Bar aufhielt. Obi-Wan war schockiert über die Tatsache, dass Palpatine nun einen Laufburschen hatte, um die überlebende Jedi aufzuspüren und zu vernichten. Gleichzeitig dachte er auch an seinen alten Freund Anakin Skywalker, welchen er auf Mustafa zum Sterben zurückließ. Denn er erinnerte sich daran, wie sich Anakin Palpatine anschloss und fragte sich, ob er das richtige tat, indem er Anakin zurückließ. Zu diesem Zeitpunkt war Obi-Wan aber noch nicht klar, dass es sich bei diesem Sith um seinen alten Freund handelte. Als Obi-Wan die Übertragung weiterschaute, bewundete er die Rüstung des Sith, die wie ein Kostüm aussah. Schließlich wurde dann gesagt, dass der Name des Sith-Flords Vader sei. Obi-Wan lief in diesem Moment der kalte Schweiß über den Rücken. Er wurde förmlich von seinen Gefühlen überrumpelt und fragte eine andere Person sofort, ob gerade wirklich der Name Vader gefallen sei. Als diese seine Frage bestätigte, konnte es Obi-Wan kaum fassen. Obi-Wan war unglaublich geschockt und wurde von seiner Angst und Furcht förmlich überrumpelt. Eine andere Person kam sofort auf Obi-Wan zu und half ihm, sich wieder zu finden. Er gab Obi-Wan den Ratschlag, besser kein Wort über Vader zu verlieren, aber fragte ihn im gleichen Moment leise, was er über diesen Vader weiß. Obi-Wan sagte dem Mann natürlich nicht, dass er ein Jedi und der ehemalige Meister von Vader sei. Sondern er sagte ihm, dass Vader nicht nur die Wookies und Jedi auf Kashyyyk tötete, sondern auch der Population des Planeten enorm schadete. Obi-Wan fragte sich danach, ob er Anakin noch mehr zu der dunklen Seite trieb, ob es noch Licht in dieser dunklen Rüstung gibt und vor allem, ob er ihn eines Tages konfrontieren wird. Doch Obi-Wans größte Sorge galt in diesem Moment Luke, weil er ihn auf dem Heimatplaneten seines Vaters brachte. Was wäre, wenn Vader ihn eines Tages auffindt und auf die dunkle Seite bringen wird? Genau zu dieser Zeit hatte Obi-Wan dann auch seinen ersten Kontakt zu Qui-Gon Chin. Dieser gab ihm dazu auch Ratschläge und sagt ihm, dass Vader sicherlich nie nach Tatooine zurückkehren wird und dass sich Obi-Wan auf seine Aufgabe konzentrieren soll. Und Obi-Wan war durch mehr als jemals zuvor klar, dass Luke Skywalker ein Jedi werden muss. Koste es, was es wolle.